Max braucht jetzt große Werte und die wir in den letzten fast 2 Minuten wieder verblühen sind. Hier haben wir die Werte, die jetzt als Frau, die es gerade gesagt habe, beeindruckt... Die Werte und die Werte und die Werte. Die Werte und die Werte und die Werte. Die Werte und die Werte und die Werte. Das war's für heute.